Hallo, da sind wir wieder. Ich bin die Elzbeth vom Handkäs-Stand. Ich bin der Fubi vom Kanoffel-Stand. Danke, Bettina. Genug. Noch mal hin und so kommen. Oh, das ist feuer, Helmut. Moment. Nein, nein, du musst sagen, und er räucht so gut. Und ich sage, und er schmeckt so gut. So, das sieht ja nicht schlecht aus. Ja, bei denen gute Sachen, die können wir nicht funken. Der Pädel, der hat die besten Hirnspieße und Cheeseburger. Und ich habe keine Wurst. Die brennt nur noch. Lasst es euch gut schmecken, Babette. Dann guten Appetit. Und dann ist der Pädel, unser bester Mann, unser erster Vorsitzender vom Verein. Der regelt alles, dass ihm alles gut läuft.